Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen und vorerst letzten Ausgabe von InfoNeuland TV. Am 17. und 18. Juni wurde im Auditorium das Musical Kitty gegen das Vergessen aufgeführt. Das Musical entstand 2008 in der Jugend-Musical-Werkstatt der katholischen Kirchengemeinde Ecker. Es behandelt die Geschichte von Anne Frank während der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg. Das Musical wurde fächerübergreifend im Geschichts- und Deutschunterricht sowie auch in den Chorproben des Schulchors ausgearbeitet und eingeübt. Man beabsichtigte vor allem eine Bewusstmachung über die Gefahren in der Menschheit, wenn Hass und Diskriminierung herrschen. Dann noch kurz etwas zur eigener Sache. Zwecks Personalrotation in der Marketing- und Kommunikationsabteilung wird InfoNeuland TV vorübergehend nicht mehr regelmäßig erscheinen. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017